Yo, Freunde, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Neue Folge Omegel. Hi. Hallo. Was geht ab, alles cool bei dir? Ja, und bei euch. Ja, auch alles cool, mein Lieb. So, mein Bruder ist ein bisschen müde, so, und ihm geht's nicht gut, aber sonst alles cool. Ähm, wieso, geht damit einfach schlafen? Wenn du willst, ich dir sogar... Ja, darf nicht, ich zwinge ihn wach zu bleiben. Ich darf nicht schlafen. Oh, warum? Du hast mein älterer Bruder, wenn er gleich muss wach bleiben, dann bleib ich wach. Wenn er nicht wach bleibt, dann erstmal. Ja, dann... Ich war schon früher deswegen beim Jugendamt, aber wir haben das jetzt geklappt. Jetzt bin ich ja schon volljährig. Mit Schläger geragelt. Ja. Was heißt du davon? Kameramann auf jeden Fall, ne? Nein, gibt Gewalt keine Plattform. Egal, Gewalt wichtig. Was auf mit sowas, Jürgen? Gewalt ist wichtig, Kapitel. Was geht ab? Scheiße. Was geht ab? Geiles Oberteil in gelb. Ja, was steht dir besser? Ach, hör doch auf, Digger. Oh, er wird doch voll rot, ja. Ja, hör doch auf, ja, ich hör doch rot, Digger. Oder ihr werdet nicht rot. Er ist Rapper. Ja, das ist Rapper. Das ist Rapper. Ich schuze, ich wollte dich auch gerade sagen. Der Mann, du bist Rapper, ne? Sei ehrlich, du bist Rapper, ne? Ey, warte mal, wie heißt der auf Deutsch? Gamer Brothers, oder ne? Nein, 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 nein. Das ist okay, Gamer Brothers. Scheiße. Gamer Brothers. Aber sag mal, bist du Rapper oder nicht? Sei mal ehrlich. Black Bros, Black Bros, aber bist du Rapper oder nicht? Ich kann nicht so gut rappen, nein, nein, nein. Aber du kommst aus Berlin, oder? Nein, nein, Hamburg. Ah, was geht? Hallo. Hey, was geht, buddy? How are you? Hi, Mann. Nein, I'm fine. Nein, nein, nein. Where are you from? I'm from Indonesia. Perfekt. Warum steht da Deutschland, Digga? Keine Ahnung. Ey, zeig mal, zeig mal die Bilder an deiner Wand, Digga. PlayStation, Digga. Oha, geil, Digga. Warte, soll ich dir? Ey, wir haben auch so ein Bild. Soll ich dir mal zeigen? Ja, zeig. Warte, Digga, wir haben doch genau das Gleiche. Schau dir das an, Digga. Wir sind jetzt Brüderbilder. Look at this, Bitch. Wir sind Bilderbrüder. Oha, Alter. Ehre. Guter Mann. Genau das Gleiche. Über Xbox. Ja. Ja. Michi. Michi. Michi, Digga. Michi. Ey, wisst ihr, wie lange ich schon dabei bin? Dieses eine... Jungs. Jungs, 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 Jungs. Jo, was geht? Was geht? Perfekt? Geht's? Nicht gut, ne? Warum warst du was los? Also mir geht's gut. Was ist los? Alles gut, Digga. Ich weiß, meine Freundin, Digga. Kennst du dich? Du schaffst das, mein Junge. Manchmal ist das Leben voller Überraschung. Einmal ist das Leben echt voller Überraschung. Man wird überrascht beim einen auf den anderen Tag so. Aber... Stay strong! Schon wieder sch***, Alter. Da und der! Er hat vorgelang geschossen, ey! Oh! 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 Warte mal! Nein! Ich kenn euch irgendwoher. Niemals! Woher willst du uns kennen? FIFA-Videos, oder? Nein! Ich schwöre, wir machen keine FIFA-Videos! Warte, wie heißt ich? Ich kenn euch irgendwoher. Warte, wie heißt ihr? White Bros. Ja, das weiß ich. Ja, White Bros. Ja, guck, White Bros. Hä? Siehst du? Irgendwann kenn ich euch. Ich weiß... Was hast du denn eingegeben? Warte, lass dich kurz überlegen. Hm. Du verwechselst uns. Ja, das ist doch richtig. Hättest du mir den Chat schreiben? Ja, klar. White Bros. White, nicht wie weiß. Nicht ganz normal, sondern... Nicht ganz normal, sondern... Sondern... Ja, so... Wie rechts. Heeeeh... Hahahaha! Der Bot-Mobie-Figer! Hahahaha! Der Mann war familiär, Digger! Soll ich euch so wie es ist? Oh, der, lad! Manche Leute, der wird... Also, Digger! Ey, Nothan! Man denkt wie so Freunden... Hahahaha! 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 Was geht ab? Jungs, Alter! Was? Jungs, was geht bei euch ab? Ach, Digger! Nicht so ein bisschen... Hier, gucken was abgeht, ne? Kennst du diesen Emoji? Nein! Normal! Oh, Jungs, Alter! Ich kenn euch schon krass, krass lange, ja! Lüge, Digger! Hör doch auf! Hör doch auf! Hör doch auf! Geht ab! Oha, was ist das für ein Hund, der Hund, Alter? Hey, Bro, das leuchtet... Der leuchtet im Schwarzlicht, aber ich kann dir jetzt nicht zeigen, weil ich kein Schwarzlicht habe, aber... Boah! Krass, ja! Seht echt nice aus, Digger! Der geht noch ein bisschen höher, aber... Ah, stabil! Nice, Alter! Ja, nice! Hast du selber gezeichnet? Wünschte, Bro, hab ich mir im indischen Laden in Hamburg geholt! Hahahaha! Krass, ja! Stamm! Habt ihr selber gezeichnet? Nein, Quatsch, Digger! Was ist das für Bilder? Haben die eine Bedeutung von was sind? Ich hab keine Ahnung... Ach, Quatsch, Digger! Also, der hier... Einfach Bilder! Der hier ist so ein Typ, den feiern wir halt richtig, ne? Haben wir ein Bild von dem Aufgang und so halt, kennst du das? Ist das irgendwie... Weiß nicht... YouTuber, Sportler, irgendwas... Also, das ist, äh, Biggi eigentlich! Er soll Biggi da stehen! Ach so, Biggi, ja! Findest du nicht, dass der Biggi ein bisschen ähnlich sieht? Iiiiih! Na, ich... Also, ich fand eher schon, Digger, aber... Ich feier den einfach, wisst ihr! Ihr könnt den mal bei Instagram suchen, der heißt Ali.Skk! Was ist Linke? Boah, Bruder, wenn ich mich jetzt drehe, ist es sehr schwer, aber ich wünsche dir noch viel Spaß! Wenn er sich jetzt dreht, Digger, ganzer... Ganzer PC geht aus, leider! Tschau, Jungs! Warum? Warte, 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 warum, warum? Verkabelung! Verkabelung, sche... Dann dreh dich nicht, dann sag nicht weg, dann, dann alles cool! Dann, äh... Ey, scheiße, Digger, ey! Der Mann wollte heiraten, Digger! Digger! Digger lieb, ey! Der wollte heiraten, okay! Ey, dann... Bruder! Er sagt, dann dreh dich nicht weg! Ich will das nicht so machen! Aber dann... Wiiiih! Wie? Warum harmonierst du immer mit den Leuten mit diesen... Das war krass, aber! Das war krass! Endlich mal normale Menschen! Endlich mal ein Deutscher! Warte, 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 warte! Okay, okay, das täuscht! Habe ich die Deutschlandfrag für den Hintergrund? Jeder zweite sagt zu mir, ich bin Nazi! Mein Gott, ja, ey! Voll legitim, Digger, auf jeden Fall! Das zweite, habe ich meine Russlandflage im Hintergrund! Bin ich ein scheiß Ausländer? Ey, was ist denn los mit uns? Man macht alles falsch, ey! Nein, die Leute sind Idioten! Und in Deutschland ist das ja auch so, wegen der Geschichte und so... Eine deutsche Flagge aufhängen... Also, ich meine gut, die deutsche Geschichte interessiert mich, ja... Aber trotzdem ist es mir scheißegal, ob du schwarz oder weiß bist, du bist trotzdem... Mein Menschenblut ist wie ich! Klar, wichtig! Und ich bin auch deutsch, ne? Hier geboren auch! Wichtig, wir sind doch alle deutsch! Jungs, Alter! Jungs, ihr seid die größten Ehrenbänner, Alter! Ja, danke! Folge uns auf Twitch, ne? Das ist ganz wichtig! Ja, mach ich schon, mach! Ehrlich? Die sind voll hübsch! Hey, Hallihallo meine lieben B-Kids! Wie geht's euch? Danke! Das bedrückt dich, mein Freund! Was denn? Was sieht dir auf dem Herzen, Digger? Scheiß auf deine Ex-Folgen, Bro! Nein, Digger! So ein Chica, ne? Sie hat Insta gegeben, ne? Ja! Bevor ich abschreibe, einfach, ich hab weggemacht! Ja! Digger, du... Schleck! Du heult's fast! Ich dachte auch, Digger, keine Ahnung! Der hat's gepflegt, ey! Wie sah die aus? Wie sah die aus? Vielleicht klären wir sie auch noch! Vielleicht klären wir sie auch noch! Ja, vielleicht klären wir sie auch noch! Wir waren das schon, Digger! Wir waren das schon für dich, Bro! Wir klären schon für dich, Digger! Ja, ich sag, du warst der mit den Locken, wenn sie fragt, ne? Wir sehen uns ja! Michelle, ich hatte auch irgendwas ernstes, Digger! Der hat gesagt, ich hab die weggedrückt! Ey! Ey, wir haben das gleiche wie du mit diesem Playstation Ding! Seid ihr echt nur? Nein, Maaan! Ey, wir haben das gleiche wie du mit diesem Playstation Ding! Ey, Jungs, Jungs! Wie kann ich äh, klippen? Ja! Gar nicht! Halt, F! Hahaha! Digga, scheiße, ey! Della! Was hast du dann? Yeah! Ja! Ja! Hahaha! Hey, Digga, es kommen nur noch die gleiche, ne? Tschüss! Ich bin vergraben! Hättest du Bock auch auf McFlurry Dusch G? Safe! Woher? Das riecht nicht geil, ne? Ja, warum hast du das, ehrlich? Digga, du weißt doch, Kontakte, Montakte und so, dies, das... Wer ist McDonalds bester Kunde im Monat gewesen, deswegen hat er das bekommen. Okay! Tschüss! Das ist aber auch ein bisschen Beleidigung, ne? An dieser Stelle. Findest du mich übergewichtig? Nee, eher bei Börg. Achso. Achso. Alles gut. Wie geht's dir? Wie alt bist du? 16 und gut. Okay, bei uns geht's auch gut. Also, wir sind schon älter als 16. Boah, was geht ab Mädels? Alles gut? Ja. Ah, warum mit Brüder und so, Alter? Okay, danke, bounce auch, ey, bounce auch, danke. So ein bisschen Famous, so... Auf Anonym unterwegs, oder was? Ja, ja. Krank, krank, ehrlich. Also, ich würd gern, kann ich mit euch so ein Foto machen? Ja, aber... Ja, soll ich euch markieren? Wie heißt ihr denn? Auf Instagram? Achso. 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 Ey, dicker, ihr habt doch scheiße, Alter. Jetzt brauch ich nur eure Insta noch. Let's go. Ja, warte, warte, warte. Junge, was hast du für ein Flüchtlinge, ihr sind da nett, ja? Das ist mein WLAN, es tut mir leid, ey. Ihr meint, ich hab kein Geld für WLAN, ja. Jetzt seid ihr in meiner Story, meine Freunde. Ey, ich hoffe, ihr kommt auf meine Seite vorbei. Lasst ein Follow da, und ein Like. Nee, nee. Was? Ey, das ist in Dings, das ist in Nachrichtenanfragen. In euren Dings, ich bin jetzt schon reingeslidet, ne? Warte, guck mal kurz einmal. Einmal kurz aufschrecken hier. Ah. Ich bin schon in euren Dings drin, aber ganz schnell. Kuss, 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 meine Damen. Tschau, tschau.